Mein Name ist Theresa Drücker und ich mache bei Rosen ein duales Studium Engineering technischer Systeme im Schwerpunkt Maschinenbau und habe nebenbei eine Ausbildung zur technischen Produktdesignerin gemacht. Ich habe bei Rosen verschiedenste Abteilungen kennengelernt, vor allem in der Entwicklung und der Fertigung. Der Schwerpunkt lag bei mir in der Konstruktion und dort habe ich 3D-Modelle erstellt und vor allem davon Zeichnungen abgeleitet. Ich habe mich für Rosen als Ausbildungsbetrieb entschieden, weil mich die Produkte fasziniert haben und Rosen ein innovativer und zuverlässiger Arbeitgeber ist.